Sie sehen nun, wir gehen in den zweiten Step unseres Setups für den Hotelmanager voraus. Das heißt, wir haben jetzt den Aktenreit der Saisons aufgerufen und Sie können unschwer erkennen, dass ich hier bereits vorgearbeitet habe. Ich habe also schon saisonale Zeiten eingearbeitet, die nachher ganz wichtig sind für die Preisgestaltung der Zimmer bzw. der Pauschalangebote. Allerdings habe ich bewusst die Vorsaison etwas kurz gefasst, denn nur vom 1.11. bis 10.11. läuft natürlich nicht die Vorsaison in unserem Ferienhotel, sondern sie läuft dann ab dem 1.12. bis zum 20.12. voll an. Diesen Zeitraum wollen wir jetzt einer Saison noch dazugeben, also der Vorsaison, damit Sie einfach einmal sehen, wie die Maske aussieht. Denn das sind nur wenige Mausklicks und wenige Angaben, die Sie machen müssen. Und Sie sehen, dass hier die jeweiligen Bezeichnungen für die vier Sprachen des Hotels entsprechend angegeben sind. Und ich kann jetzt hier ganz einfach weitere Zeitperioden hinzufügen. Indem ich hier jetzt sage, ab dem 1.12. Dezember ist nach einer kurzen Ferienperiode das Hotel wieder geöffnet und die Vorsaison geht bis zum 20.12. Dezember. Dieses möchte ich jetzt noch speichern und schließe dabei gleichzeitig auch wiederum das Bearbeitungsfenster. Und Sie werden sehen, dass entsprechend die weitere Saisonzeit hier jetzt auch eingetragen ist. Das ist